Musik Der Abschnitt 1.3a ist der Anschluss vom Filtertunnel hin zur Trasse auf den Filtern. Mit der neuen Flughafenstation und dem Flughafentunnel. Wir befinden uns auf der Brücke der Landesstraße 1192 über der Autobahn A8 bei der Messe und blicken nun in Richtung Messeparkhaus mit dem Bosch-Logo und können das Freimachen der Trasse beobachten, wo gerade der Oberboden abgetragen wird. Danach schauen wir uns die Arbeiten im Bereich der verschwenkten Autobahn A8 an. Nicht verpassen! Und schladen Sie das! Ruhig. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mH im Auftrag des WDR' Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.